Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Bennerath. Die Wohnung verfügt über einen Balkon sowie einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 46 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 690 Euro pro Monat. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.